Ja, wa? Ja. Wie das? Aber... Jetzt bin ich in die Runde gekommen. Gangster, Wallah! Ja, Sir, so! Was bedeutet das? Das bedeutet West Side, West Side. Das ist Gangster-Style von früher. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So haben die Leute gesagt. Okay, was war West Side? Welche Stadt war West Side und welche Stadt war East Side? West Side war diese Seite von Tupac. Ja, und Notarisch Belgi war East Side. Wie hießen die Städte? Tagir! Warte, fährst du dich mit Politik aus? Bitte, frag mich. Wieverbindisch am Vapra? Warte, warte, warte! Warte, warte! Wieverbindisch am Vapra? Vielen Dank.